Polo Motorrad entwickelt und vertreibt Motorradbekleidung, Zubehör und Technik und gehört in Europa zu den führenden Anbietern der Branche. Wir betreiben derzeit über 90 Filialen in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich und einen mehrfach ausgezeichneten Online-Versandhandel. Derzeit sind über 46.000 Produkte im Polo Sortiment verfügbar, denn egal ob Weltenbummler, Kurvenjäger oder entspannter Cruiser, der Ausrüstungsanspruch von Bikern ist sehr individuell und vielfältig. Wir bieten daher für jeden Bedarf die passende Ausrüstung, ganz nach persönlichem Geschmack und Geldbeutel. Daher beschäftigen wir seit über 36 Jahren ein eigenes Team qualifizierter Produktentwickler und Designer. Am deutschen Zentralsitz in Nordrhein-Westfalen entwerfen, testen und optimieren unsere Spezialisten zahlreiche Polo-Produktlinien und Eigenmarken. Dabei nehmen Sie Material, Verarbeitung und Tragekomfort genau unter die Lupe und prüfen die Funktionalität, Widerstandsfähigkeit, Wind- und Wasserdichtheit von Geweben, Nähten oder Reißverschlüssen, im Labor und in zahlreichen Praxistests. Erst wenn der hohe Qualitätsanspruch erfüllt ist, beginnt die Serienproduktion bei renommierten Herstellern. Wir verzichten dabei auf einen kostenintensiven Zwischenhandel und können so unsere Eigenmarken verhältnismäßig günstig anbieten, ohne dabei auf Sicherheit, Qualität oder Komfort unserer Produkte zu verzichten. Aus unseren Produktlinien sind zahlreiche unabhängige Testsiege und Kauftipps hervorgegangen. Mit Eigenmarken wie FLM, Pharao, Spirit Motors, Q-Bag oder Nexo setzt Polo Motorrad immer wieder Standards in Sachen Qualität, Vielfalt und Zuverlässigkeit.